So, jetzt müssen wir in den Elfengartenbezirk. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Graufuchs sagt. Bin ich wirklich gespannt. Die wissen nichts von dem Vorfall im Kaiserpalast. So, Graufuchs. Ihr habt die Schriftrolle? Ich kann es kaum glauben. Ihr hattet wirklich wenig Aussicht auf Erfolg. Tadellos gemacht. Ich habe mich sieben Jahre lang mit der Übersetzung dieser Schriftrolle beschäftigt. Trotzdem wird es noch eine Weile dauern, bis ich das entschlüsselt habe, was ich so verzweifelt suche. Also, was ist... was passiert jetzt? Ah, ihr denkt immer noch über die Belohnung nach, was? Ich habe euch und eure Treue zur Liebesgilde nicht vergessen. Ihr müsst Folgendes tun. Gebt diesen Ring der Gräfin Umbranox in Anvil. Sagt ihr nichts über mich. Ich muss wissen, wie sie darauf reagiert. Es mag Wut oder Tränen hervorrufen. Wenn sie fragt, sagt ihr einfach, ein Fremder wollte ihr den Ring geben. Dann kommt wieder und meldet mir ihre Reaktion. War das richtig? Das ultimative Ding geht noch weiter. Ehering. Was kann das wohl bedeuten? Das Traurige ist ja, leider weiß ich schon, wie es ausgeht, weil ich das ja schon gespielt habe. Aber ich tue jetzt einfach mal verwundert und denke so, oh mein Gott, was kann das wohl sein? Aber ich glaube, dass Oblivion abgeschmiert ist. Danke fürs Zusehen. Ich bin mir nicht mehr so gut. So, hier sind wir wieder. Oblivion hatte eben gerade und schon wieder funktioniert nicht mehr. So, willkommen zurück. Also, wir stehen jetzt hier vor dem Anvil-Schloss. Also, es ist eben abgeschmiert. Fehlermeldung von... Also, stand in Oblivion funktioniert nicht mehr. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht mehr. Das war nur hier drin. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht mehr. Ich hoffe es, ich hoffe es. So, hier ist... Hören wir uns das einmal an. Gräfin Melona Umbranox. Was kann ich für euch tun? Ring des Fremden. Dieser Ring gehörte meinem Mann. Er ist seit über zehn Jahren verschwunden. Aus irgendeinem Grund kann ich mich im Moment weder an seinen Namen noch sein Gesicht erinnern. Wie seid ihr da rangekommen? Wisst ihr, wo er sich aufhält? Warum zeigt er ihn mir? Nehmt es, dann ist... Das ist ein Gift vom Fremden. Geschenk. Gift heißt ja geschenkt in Englisch. Der Ehering meines Mannes. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn noch einmal zu Gesicht bekommen würde. Was würde ich nicht geben, um ihn noch einmal wiederzusehen? Er... Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Bei der Macht der Schriftrolle der Alten benenne ich Ema Daralot, den wahren Dieb von Nocturnals Kutte. Ihr seid der Graufuchs? Verrat! Ich bin der Graufuchs, aber ihr wurdet nicht verraten. Ich bin außerdem dein verschollener Ehemann, Corvus. Corvus, bist du es wirklich? Seit zehn Jahren warte ich auf eine Nachricht von dir. Warum hast du dich vor mir versteckt? Vor zehn Jahren erbte ich diese Kutte vom vorigen Gildenmeister der Diebesgilde. So wurde ich der neue Gildenmeister. Aber ich erbte auch den Fluch der Kutte. Wer auch immer Nocturnals Kutte trägt, dessen Name sei aus den Geschichtsbüchern verbannt. Nachdem ich die Kutte angelegt hatte, konnte niemand in Tamriel mich mehr wiedererkennen. Mit der Kutte war ich der Graufuchs. Ohne sie war ich für jeden ein Fremder, sogar für euch. Du willst sagen, dass du gar nicht zurückkehren konntest? Ich habe direkt neben dir gestanden und du hast es nicht einmal gemerkt. Ich rief dir zu. Hier bin ich. Ich bin es, Corvus. Aber du hast mich nur verwirrt angesehen. Ihr habt mein Herz ein zweites Mal gebrochen. Ich kann nicht zulassen, dass der berüchtigte Kopf aller Kriminellen, der Graufuchs, Graf von Anvil wird. Falls ihr euch selbst als Corvus ausgebt, werde ich euch verleugnen. Ich werde euch sogar vor dem Kaiser verleugnen, wenn ich muss. Ich hatte erwartet, dass du diese schrecklichen Dinge sagen würdest. Daher habe ich meinen Freund gebracht. Von diesem Zeitpunkt an entsage ich meinem Leben als Krimineller auf ewig. Ich übergebe die Graue Kutte der Diebesgilde an den neuen Gildenmeister. Die Graue Kutte ist euer. Ihr seid der neue Gildenmeister der Diebesgilde. Ihr werdet feststellen, dass heute Nacht die Geschichte umgeschrieben wurde. Nocturnals Fluch war so mächtig, dass seine Aufhebung die Zeit selbst ändert. Worum besteht der Unterschied? Wenn immer Darloth nicht Nocturnals Kutte gestohlen hätte, wäre es der Diebesgilde niemals so schlecht ergangen. Aufgrund des Fluches war er nicht in der Lage, in der öffentlichen Welt des Handels und der Gesellschaft zu verkehren. Er konnte nur als Symbolfigur der Gilde handeln. Dieser Fluch ist nun gebrochen. Wenn ihr euch in die Kaiserstadt begebt, werdet ihr feststellen, dass die Diebesgilde über eine Gildenhalle verfügt, die auf den Ruinen Darloths steht. Er ist aber immer noch der Graufuchs. Okay. Ja. Wir haben jetzt die Kutte und zwar... Wo haben wir sie? Da. Die graue Kutte der Nacht. Festigt Schleichen, Federn, Leben entdecken. Ja. Eine perfekte Maske, wenn man schleichen muss. Die Geschichte wurde neu geschrieben. Ich sollte mir die neue Gildenhalle, der Diebesgilde in Hafenviertel der Kaiserstadt, mal anschauen. Der Graufuchs, der Graf Corvus, wie er sich jetzt nennt, sagt mir, dass ich den Laden dort schmeißen soll. Dann schmeißen wir den Laden dort mal. So. In Hafenviertel. Ja. Gut. Gildenhalle, Gildenhalle, Gildenhalle. Und zwar die Gildenhalle. Und zwar, das ist die Gildenhalle. Oh mein Gott, er greift mich an. Weg hier. Bleibt da weg! Okay, da, Lord's Keller. Schlüssel des Gildenhallers. Das ist, ist das, das ist doch die Gildenhalle, oder? Doch, das ist die Gildenhalle. Hier sind Schlafplätze. Holztür. War ein bisschen verschlossen. So, hier drin. Können wir doch, glaube ich, die Graukutter anziehen. Warum müssen wir das denn knacken? Oh, Dietrich hier. Das ist aber doch nicht die Gildenhalle. Das ist ja mickrig hier. Da, Lord's Haus. Das ist wohl die Gildenhalle. Ihr seid der Graufuchs. So wahr ich lebe und atme. Der Graufuchs. Welche Ehre. Naja. Lebt wohl. Jetzt sehen wir so aus. Und man erkennt uns nicht. Geöffnet mit Schlüssel. Und hier ist niemand. Interessant. Aber hier können wir schlafen. Das ist wohl unser Raum. Naja, okay. Das ist der, ja, eigentlich nichts Besonderes. Da können wir auch nicht raus. Das ist die Abge- ähm, Dingstür da. So, Holztür und raus hier. Aber nicht als Graufuchs. Mal eben die Kutte wieder abnehmen. Haben wir jetzt eigentlich Kopfgeld? Nein. Ja, wir haben jetzt alle Gilden abgeschlossen. Die haben nichts Besonderes, ne? Die haben nur die Stahlsäbe und sonst nichts. Ja, also, das war, wir haben jetzt eigentlich das meiste oder fast alles von Oblivion fertig gehabt, fertig jetzt. Und zwar haben wir die Kämpfer-Gilde, die Magier-Gilde, die Dunkle Bruderschaft und jetzt die Diebes-Gilde auch noch. Und die Haupt-Quest. Und jetzt gibt es auf jeden Fall noch sehr viele Neben-Questen, die wir aber nicht alle machen werden. Also wir, ich möchte noch so ein paar machen, die ich so kenne und die noch ganz interessant waren. Aber dann hört es auf. Und das Spiel kann man auch bestimmt nicht so 100% durchspielen. Weil es einfach so viele Quests gibt. Und dann gibt es noch Quests, die nicht mit diesem, verbunden sind mit diesem Pfeil, sondern wo man in der Höhle rumsucht und dann nach Schriften und so, ähm, fungier, äh, also das nachgeht. Deswegen. Dunkle Forstrotte war auch eine Gilde. Die gibt's auch nicht mehr, haben die gerade gesagt. Stimmt ja auch. Und, ja, dann mache ich ein Päuschen. Wir machen dann noch mit ein paar Neben-Questen weiter. Und bis denne. Ciao.